Jetzt wissen wir, dass uns komische Zwillingsbrüder waren. Nicht Humpty Dumpty, sondern Dumm & Die. Wenn ich mir das jetzt richtig entsinne. Die Geschichte kenne ich leider auch nicht so wirklich. Aber schauen wir mal. Lawrence Apartment. South Bronx. Early Monday. Good morning. Okay, sie vertraut mir, das ist gut. Okay, sie vertraut mir, das ist gut. Kannst du mich hören? Hast du dein Schinken? Hey, answer me! Damn it. Oh Mann. Vorhin saß aber noch auf dem Sofa. Oh mein Gott. Hey, hey, stay with me, Lawrence. Kann ich mir gut sein? Nein, nein. Lass mich gehen. Was ist das, was du uns erzählst? Was? 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 Water mit Wasser meinte. Water mit Wasser meinte. Ja genau, beweg dich richtig. Was haben wir denn hier? Ja, ja. Did you find it yet? Ja, ja. Wenn du etwas fragst, musst du jetzt machen. Faith. Faith. Oh, shit. Do you still have that letter? Yes. It's only two words. But he died without seeing them. I'm sorry. We need to figure out what happened here. Find whoever did this. I found them. I found them. Secondhand paperbacks. Old Encyclopedias. Dusty. No one has read these in a while. Yeah. So. What was. Hinten. Vielleicht bringt uns das jetzt irgendwelche Informationen. Pay the send next week. Pizza in the fridge. Please don't look for me. Faith. Hilf uns da ja nicht weiter. Was haben wir hier? Strange. Hard edge to this pool. Like something was here and got moved. Aber was. Müssen wir gleich nachschauen. Still a little sticky. When do you think that was taken? Before all this. A bullet passed through the chair. Yeah. The angle works if you shot him himself. On the other side. Auf dieser Seite. Hier hat es Loch. Das heißt. Er müsste von hier aus. In diese Richtung geschossen haben. Okay, ja, dann scheint auch in der Brusteneinschuss, doch, das habe ich vorher nicht gesehen. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Batterie? Okay, keine Batterie. Da wollte wohl einer nicht mehr aufwachen. Das spart Kohle, hilft der Umwelt. So, nur das Messer hier. I just don't understand. Why would someone want to kill him? Jetzt will ich wissen, was das jetzt hier ist. Ausklappbett. Das passt perfekt. Ins Bild rein. Schein aber. Was ist das? Wie so ein Zettel. Es hat sich ein bisschen auf dem Bett. Meine liebste Hoffnung, ich habe nie gedacht, dass ich dich schütze, und ich kann nicht nachdenken, dass ich das habe. Das war für das Beste. Ich werde dich wiedersehen. Liebe, dein liebter Lawrence. Er wollte sich das Leben nehmen. Ja, und jetzt? Das kann ich hier noch angucken. Hier ist nichts mehr. Zu finden. Abzuchecken. Das haben wir ja schon gesehen eigentlich. Mehr jetzt drauf starren können wir nicht. Was ist mit den Fenstern? Komm ich auch nicht ran. Tja, was soll ich denn jetzt machen? Gollega, warte mal. Das ist ja noch, ähm... Oh. Hoppala. Bleib hier. Nein. Hoppala, da haben wir ja jemanden gefunden. Sah fast so aus wie der eine Typ, den wir auch bei Woodsman bei Hausung gesehen haben. Oh, leider, bitte schon. Scheiße, wie sieht der denn aus? Ach so, helle. Los. Los, kann ich schon. Okay. 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 Oh Hey He's up to be we're on the same side here you son of a bitch make me run after you Why did you run what? Why did you run fuck man? Because you chased after me the fuck was I supposed to do a Man's dead. I know how it looks, but I had nothing to do with that Bullshit you're covered in blood. Look I was just asking him about the girl That's all when I mentioned her being dead. He freaked out. I figured someone had told him. How was I supposed to know? Shit Fucker shot himself right in front of me. I couldn't stop him man You're looking for the woodsman right I know where he is my guy says he's holed up at the trip trap We can go over there right now the both of us my employers looking to ask him a few questions, too Who are you exactly? I'm D and I'm a private investigator. There's a business card in my shirt pocket. You can see for yourself This is for a sandwich shot Really huh Must have run out who hired you I can't tell you that it's confidential Sure sorry sure you understand nope and say that I do come on you're coming with me This could have been easy Oh don't worry it's still is come on Dumb dumb yeah it is what can be much easier for you No I'm D he's dumb No I'm Dinos He almost looked peaceful Except, you're lying in a dirty alley With an open wound on the back of your head Yep where'd they go well after the one guy and the other one finished kicking that explains the ribs then they jumped into a car and drove off come on get up yes we're out of options the mention of the trip trip bet that's Wo werden wir gehen? Ich kenne ein Camp. Ich denke, dass ich eine Handlung auf was, was passiert ist, Dinge einfach mehr kompliziert werden. Es fühlt sich, dass wir immer ein Schritt nach hinten sind. The Woodsman ist der einzige Leidenschaft, die wir haben. Und er war eine der letzten Leute, die zu sehen, dass Faith alive ist. Dass wir ein paar Antworten aus ihm versuchen, wird es zu werden. Ich hoffe, dass du richtig bist. Bigby? Be ehrlich mit mir. Wer macht das? Ich weiß es nicht, wer das getan haben könnte. Ich habe sogar ein, zwei Vermutungen. Ich kann nicht sagen, ob du es nicht weißt oder einfach nicht sagen kannst. Ich hatte ein ней gehört, dass nioh es nicht weißt. Ich habe es nicht weißt, was du echt bist. Ich habe es nicht weißt, was du nicht weißt. Es war es nicht weißt, dass du ein guter Job hast. Ich habe es nicht weißt, dass du dasal. Oh Scheiße, das andere nehmen müssen. Du weißt, dass es eine ganze Gemeinschaft gibt, um zu beurteilen. Um zu beurteilen... Prostitution. Ich... Ich wünsche, dass wir mehr machen können. Das ist nicht so, wie ich dachte, es wäre. Aber Crane führt Dinge seine eigenen Weg. Du machst dein Best. Das ist alles, was jemand tun kann. Obviamente, du wirst nicht wissen, was ich jeden Tag machen. Jetzt, ich bin der Gatekeeper, um zu beurteilen, dass diese Menschen nicht so verabschieden sind. Wie er sagt, ist es, zu verabschieden. Du wirst es verabschieden. Ich weiß nicht. Es ist einfach ein System verabschiedes. Die Fables, die in die Hinterkirchen in die Tür, wie Bluebeard, haben wir alle Zeit in der Welt für sie. Sie versuchen, in die Tür in die Tür, durch die richtige Anhalte, um zu beurteilen, um zu beurteilen, um zu beurteilen, um zu beurteilen. Ich habe dich weg. Jetzt sind die Dinge leckeres, als sie niemals haben. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wir haben es schlimmer. Wir haben es schlimmer. Aber nicht so. Wir haben es schlimmer. Vielleicht ist das nicht für mich. Ich dachte, dass das öffentliche Wettbewerb ist... das ist nicht wahr. Du wirst es herausfinden. Du bist besser als ich, mit diesem politischen Wettbewerb. Das ist nicht viel zu sagen. Ich glaube, dass du die richtige Entscheidung machst. Ich hoffe, dass du richtig bist. Ich denke, es ist dein Problem. Eine Stimme. In das ist dein Problem. Vielleicht solltest du diesen. Ja, vielleicht solltest du dir das machen. Ja. Okay, ich habe drei Vermutungen. Drei Vermutungen. Die ich aufgestellt habe, wer oder was damit zu tun haben könnte oder es sogar war, die ich dann gleich erzählen werde, sobald der Ladebildschirm fertig ist. Die Trap Trap Bar. Die Bronx. Die Bronx. Was willst du, Sheriff? Ich schaue den Woodsman. Well, er ist nicht hier. So ich denke, du kannst jetzt gehen. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich will nur wissen, wie er hier ist. Wer ist? Ich bin nett. Ich bin nett. So try again. Er ist nicht hier seit ein paar Wochen. Ich weiß nicht, dass er hier ist. Oh, was... Ich weiß nicht. Lass ihn dir sagen, was zu tun. Du bist deine eigene Frau. Well, das ist mir zu sprechen, Big B. Ich bin nett. Fuck off. Okay. Ähm. Wir könnten jetzt jetzt einigen Shit machen. Aber den einigen Shit will ich jetzt nicht machen, weil ich es nämlich jetzt beenden möchte. Was ich jetzt nur sagen will. Ich habe drei Vermutungen, die ich jetzt mal anmerken möchte. Zum einen, ähm, könnte es sogar sein, dass der Taxifahrer... Ich weiß, das ist total abwegig, aber der Taxifahrer... Der hat jetzt die ganze Zeit im Hintergrund das gehört. The Fable, bla bla bla, die Märchenfiguren haben ein schlechtes Leben und sowas. Ich weiß nicht. Man muss auch ein bisschen beobachten, finde ich. Ähm. Die andere Sache ist, dass sogar der oberste Chef damit zu tun hat, wie so häufig auch, es in einigen Geschichten wäre. Das wäre eine zweite Vermutung. Meine dritte Vermutung ist, dass diese Figur hier sogar was damit zu tun hat. Er ist der große, böse Wolf. Nicht, dass ich ihn jetzt dafür beschuldige, weil er der große, böse Wolf ist. Sondern ich habe einfach nur die Vermutung, dass, ähm, er ab und zu irgendwie in eine Zeitspanne gefangen ist, wo er nicht mehr weiß, was er tut. Ah, dass er dann so sauber alles abschneidet, glaube ich eher... Ich weiß es nicht. Das sind so drei Vermutungen. Entweder... Weißt du, wenn man sagt Taxifahrer, kann man auch sagen, das war der Pizzabodo oder so. Er ist auch schwarz und nicht. Ihr könnt ja mal eure Gedanken in die Kommentare schruten. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss und ciao.